Also Christoph, hier kommt das Haching-Quiz. Du hast 60 Sekunden Zeit, beantworte so viele Fragen, wie du kannst, ab jetzt. Gegen welche Mannschaft gewann Schalke 04 am letzten Spieltag der Saison 2000-2001 und wurde in einem legendären Meisterschaftsfinale trotzdem nur Sieger der Herzen? Spielvereinigung unter Haching. Wie lautet das Ergebnis damals? 5 zu 3. Das ist richtig, genau. Welche zwei Weltmeister haben die Spielvereinigung unter Haching schon trainiert? Klaus Augenthaler und Andi Brehmer. In welcher Saison gewann Haching mit 4 zu 1 gegen 1860 München in der Allianz Arena? Weiß ich nicht weiter. Welche beiden Buchstaben werden in der Abkürzung Spielvereinigung großgeschrieben? S und V. Richtig. Wie viel kostet das Heimtrikot der Hachinger im offiziellen Online-Fanshop? 50. 59,95. Welche Rückennummer trägt Rechtsverteidiger Maxi Bauer? Nummer 2. Richtig. Welcher Ex-Hachinger-Trainer hat bei der Reality-Show die Alm auf ProSieben mitgespielt? Werner Lorand. Ist richtig. Und damit sind wir durch. Schöne-Hach